Jo Leute, was geht's? ULUX-IP ist wieder am Start, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ähm, ja, ich würde sagen, wir hören dir, äh, wir machen direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und hacken hier die Kamera. Okay, den Wachhäumt den Zugangscode finden. Wie machen wir das? Okay. Ha, die Universität mit schlechten Noten abgeschlossen. Okay, sehr schön, das heißt, wir können mal von Kamera zu Kamera spielen, ehemaliger Feuerwehrmann. So, okay, so einfach war das schon. Jetzt haben wir schon die Zugangscode für die Tür, oder, ich weiß es nicht. Ach, jetzt müssen wir hier vorne noch was hecken. Ach, Pof. Das ist aktuell noch so ein bisschen kompliziert, finde ich. Ähm, nicht ganz einfach, also man kommt jetzt nicht so direkt rein. Okay, aktuell hat er jetzt gerade alleine komplett umgesprungen. So. Ups. So, und... Jetzt bin ich gerade... Ach so, jetzt Blackguard habe ich schon ausgewählt. Ne, dramatic pur. Okay, und wo soll ich hier jetzt lang? Ach, verkackt. Okay, ich habe nicht gesehen, dass das Drex hier ausgefüllt hat. Ähm, ja. Das heißt, man muss sich auch da durchschleichen. Aktuell darf man da nicht schießen. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal hacken. Oh, komm schon. Was soll ich jetzt mal mit nur auswählen? Und, Blackguard. Aber das ist recht cool initiiert. Sehr schön. So. Oh, schief. Feuerwerk. Sehr schön. Ja, unser Plan hat ja wunderbar funktioniert. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie um die Polizisten herumkommen. Ja, okay. Oh Gott, die Geräusche gerade. Ja, ich bin ein Profi, habe ich das schon mal gesagt? Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht so die Schleichenskills, die man vielleicht auch schon bemerkt hat. Ja, nochmal, die Fluglechte ausmachen, weil es so schön war. Weil es so schön war. Mal. Mal. Mal, geht noch. Komm, da oben noch. Okay, was ist hier oben? Okay, jetzt die Frage, wie komme ich da am schnellsten unbemerkt hin? Aktuell ist leer. Okay, die patronieren da so ein bisschen rum. Sonst würde ich einfach jetzt runter spazieren. So, wir können damit umschalten, oder... So, wir können damit umschalten, oder... So, wir müssen einfach rumrein. Da sind wir auch schon zum Exit gegangen. Das Exit wird erstmal versperrt mit einem Baseball-Schläger. Jetzt sind wir die Tür vorm Exit. Wo bist du, Jordi? Oh, Leute, legt das gar nicht. Weg! Habt eine Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem vollen Tilt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es. Mir egal. Ich muss... So, ich seh grad, die FPS-Raten sind relativ niedrig. Ähm. Zum Glück, sag ich mal. Kommen sie aus dem Stadion. Verlassen sie das Suchgebiet der Polizei. Okay. Jetzt haben wir auch die Mini-Map freigeschaltet. Oh Gott, legt das gerade. Ich habe knappe 30 FPS. Das sollte aber erstmal reichen, finde ich. Jetzt geht das schon auf 40 hoch. Rennen wir mal ein bisschen. So. Hier irgendwo sollte ein... Aha. Ein schöner Wagen sein. Dann steigen wir mal ein. So. Okay, da sieht man auch die Fahrzeugsteuerung mit W. Schleunigen Bremsen. S-Halten, Rückwärtsgang. Handbremse. Okay. Jetzt hier kann ich die Kamera wechseln. Ups. Okay. Oh nein. Wie geil ist das denn? Nein. Es ist einfach nur... Awesome. Ohne Ruckler wäre es wirklich awesome. Oh, was ist denn das gerade hier? Das kann ja so nicht weitergehen. Oh, oh, oh. Da muss ich ja mal was umstellen. Das, das geht ja gar nicht. Das ist natürlich schade. Aber es ist schon angepasst. Mach ich mal... Mach ich mal die... Irgendwie ist Kantenglättung hier auch was. Oder die, ähm... Ambient Occlusion. Weil das zieht meistens... Extrem viel Leistung. Okay, kann man so nach hinten schauen. Oh, es deckt aber immer noch immer wieder. Vielleicht... Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Okay. Bin hier dabei. Also... Es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich will in die Oka nicht da sein. Ich komme doch gerade auf der Minimap nicht klar. Ich weiß halt auch gar nicht, wo wir hinfahren sollen. Oh, ich schätze mal hier sind wir schon... Richtig. Ampel. Ich weiß erst mal für Verwirrung sorgen. Das habe ich echt gefragt. Nice. Die Kamera ist extrem nice. Gibt es noch eine Standardkamera? Okay. Okay. Steigen wir aus. Karten und GPS. Die Herzeit möglich. Okay. Okay, okay. Dann gucken wir mal hier. Was haben wir hier? Okay. Schalten interessante Autos frei. Das ist mein Ziel. Das heißt, wir gehen auch da hin. Das... Das war Absicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, man merkt schon, ich bin, äh... Ich sprenge hier nix mehr. Ich bin noch im... Guten Radius. Kann ich ihn auch hacken? Nein. Schade aber auch. Okay, dann schaue ich mal, dass ich hier wieder hochkomme. Beziehungsweise ich überhaupt hochkomme. Äh... Ich bin zu hoch. Nice. Kann man so hochfahren. Nicht schlecht. Wenn es jetzt weniger ruckeln würde, ähm... Dann wäre es noch besser. Aber ich werde gleich mal den Graf-Treiber updaten. Ich spiele ja... Oh. Ich spiele ja ein bisschen vorm Release. Deshalb, äh... Kann es durchaus sein, dass der... Äh... Krafttreiber mir da einen Strich durch die Rechnung macht. Und wie komme ich jetzt hier wieder runter? Och Gott, ey. Ich bin ein wenig unfähig gerade. Mit den Rucklern ist aber wirklich ein bisschen... ...schwierig. So, man zieht es hier vorne. Ich schätze mal... ... meine Wohnung oder so. Wollen wir mal schauen. Ja, was sieht danach aus? Sehr professionell hier alles. Ich sitze... Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du doch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich hab ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Ja. Ist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax. Dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns. Glaub mir. Eine Karte, ein großes Fragezeichen. Mit bunten... ...Sachen markiert. Heißen die Nadeln denn nochmal? Steck Nadeln. Da darf man ja nicht mal einmal gegen die Wand hauen. Mein Gott, ey. Das ist ja schlimm hier. Bad Boy. Wir haben uns Zutritt zur CTOS-Vektor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Wenn wir beide etwas davon haben, heilen wir ihn mit dir. Diese Vektor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay. Den Fähigkeitsbaum öffnen. Hecken ist der Fähigkeitsbaum. Also man merkt schon, es ist jetzt schon extrem umfangreich. Okay. Kuh halten, um Türen und Garagentor zu öffnen. Alles klar. Brücken. Poller. Ja, das will ich auf jeden Fall akzeptieren. So, was können wir hier? Hochbahnsteuerung. Da können wir die Züge anhalten. Fügt einen extra Energiepunkt hinzu. Okay. Keine Ahnung. Geldautomaten. Heckbonus. Können wir überhaupt schon hacken? Ach, machen wir einfach mal alles. Oh Gott. Ist das... Okay. Ja, da können wir auch mal das machen. Und Defensivfahrer. Ach, machen wir alles mal. Na, das würde schon passen. So. Jetzt können wir uns... Können wir unsere eigenen Sachen noch hacken. Auch nicht schlecht. Da hinten haben wir einen Laptop. Ausruhen. Rein da. Schlafen. Ach, nice. Man kann sogar einstellen, wann ich dann aufwachen soll. Dann schlaf mal so bis 8 Uhr. Das soll reichen für einen potenziellen Hacker. Egal. Ja. Okay. Okay. Das ist der höchste Punkt, der gerade anfangt. Noch mal eine dramatische Rückblende. Ich will mich nicht so an Sie erinnern. Nie träume ich von Ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn Sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz ist immer derselbe Abtraum. Traumatisiert. Leider. Sehr schöne Bilder an der Wand. Gehen Sie schlafen. Verlachen Sie das Motelz. Ah, so. Da können wir uns mal... Ich habe einen Fixer angehört, um den Schützen zu finden. Geordi Chin. Er ist sehr skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert und unterbrochen. Und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer Kwiefe. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Alles klar. Das war dann der zweite Part von Let's Play Watch Dogs. Wenn es euch gefallen, könnt ihr ja mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Da gibt's mehr Stuff. Und ansonsten... Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Es wäre ein bisschen therapies oder halt light? Ich glaube. Vielen Dank.